Digga, das schaut aus wie ein Boss kam. Let's go. Hier ist gleich irgendein fetter Boss kam, ich schwör. Ne, ich geh noch mal zurück. Ich geh noch in diese eine Ecke da. Hier. Ah, da kann ich gar nicht lang, oh mein Gott. Alter, das steht da. Nein. Aber hier abzuholen. Na? Alter. Wo bin ich nur reingeraten? Puh. Na ja, okay. Scheiß drauf. Geh mal zu dem Boss kam. Also ich glaub, das ist ein Boss kam, weil alles spielt da drauf. Weil das war grad noch zu. Ich hab schon Panik ein bisschen. Geh mal zu. Das war auch. Da ist er. Da. Dann muss ich erstmal zurück. Ich scheiß mich jetzt ein. Es geht gleich los. Ich schau dir. Ich schau dir. Macht die Tjof. Alter! 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 Nek me! Nek me, son! Tick me, son! I can't do it! No! 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 Was ist das? Ja! Oh jeez! Er ist tot! Oh, muss ich schön! Oh muss ich schön! Oh muss ich schön! Ich habe keine Ahnung, wo ich muss! Oh! Alter! Holy shit, Alter! Ich habe den fetten gekippt, aber er lebt noch! Ich habe ihn nicht mehr, wo ich nicht mehr bin! Ich bin ja! Ich bin ja, ich habe ihn schon! Ich bin ja! Das ist wichtig! Ah! 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 Oh! Oh! Alter Ich will hier noch raus Ich will hier noch raus, ich habe keinen Lust mehr Es ist nicht sehr sicher, wir sind hier Wir kommen zu uns bis zum nächsten Mal Schnellen wir nicht den Boden Wir gehen nicht weiter Back here, einfach noch back here. Ich habe einen Weg, aber ich habe einen Weg. Ich habe einen Weg, aber ich habe einen Weg. Alter. Holy moly! Glote! Glote! Hey Alice. Hey. Willst du sie streicheln? Ist doch okay. Ja, siehst du. Alter, die schaut aus. Irgendwie. Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach den Mädchen sehen. Okay? Okay. Okay. Wirklich. 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 So? Wie. Wie? krass ich bin so oft hier alter ich geh immer wieder in die Fireflies-Dinger rein die hat irgendwie ein Trauma davon ja ist klar sie hätte 3 dabei sind ja schon gestorben sind sie hat ein Bicep ja 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 Ich hab nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby. Alter. Warst du schon immer. Du kannst nicht mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Was? Man, zwei, drei, drei, drei. Hm. Okay, let's go. Ey, diese Schweifel, das geht mir so auf den Sack. Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseren Weg mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden... Wir können überbüßen. Aber unsere Mom ist tiefläufig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann dir nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Er liebt Haie und hast das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns... Hast du das? Lev? Lev! Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Okay, pass auf. Pulls, Mädchen. Ich glaube, sie will, dass du noch mehr wirst. Okay, einmal noch. Wir wollen doch mal. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein. Versprochen. Versprochen. Entschuldigung. Not nur, äh. Okay, ich bin der Weg zum Glück, um die Zukunft. Es ist okay. Ich bin der Weg zum Glück. Ich bin der Weg zum Glück, dass ich der Weg bin. Ich bin der Weg zu werden. Ich bin der Weg zum Glück nicht in den Weg. Ich bin der Weg zum Glück. Ich bin der Weg zum Glück. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwirkt sie ihn mit bloßen Händen. Was habt ihr dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lillie. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anspricht. Die Tradition, als er mir erzählte, was er empfinde, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann scho er sich den Kopf, wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Ich habe eine Idee. Suche mir was Schönes für ihn. Mit ihrem Trikip? Der Waldo Hier muss es noch irgendwas geben Nein Es gibt was besseres als diese Schürz Was soll es denn hier geben, Alter? Ich finde selber nichts mehr besseres Nicht Ein High Kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört Na klar Dein Aquarium? Mein Zeug Nur ein Witz Nimm dir was du willst Du nicht Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten Kann... Kann ich mit dir reden? Ich komm nach Sie dachte, ich mein das ernst Ich und Kinder Ja Aber dich mögen sie Also... Du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht Wieso? Du weißt wieso Wir können das hinkriegen Es ist zu spät Nein, nein Es ist nicht Ich weiß Es ist ein ziemliches Chaos Ich weiß Aber wir könnten glücklich sein Tabi Wir dürfen glücklich sein Hast du das gehört? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat der vor? Er will zu ihr Zu wem? Seiner Mann Sie wird ihn umbringen, Abbie Ist das Boot fertig? Noch nicht Wie lange brauchst du noch? Äh... Ein paar Stunden Fuck Wir halten ihn auf Wir nehmen ein Boot aus dem Jagdhaft Hey, sie ist frisch operiert Mir geht's gut Nur sie kann ihn finden Ich komm mit Owen Sie wollen auf die Insel Ja eben Ich lass sie nicht allein gehen Doch, das tust du Ich kann helfen Ja, indem du das verdammte Boot klar machst Das ist die Priorität Das ist die Priorität Jara, gehen wir Jara Jara Da ist der Jachthafen Wie geht's dir? Alles gut Okay Wir legen ein paar unsere Boote Okay Rennen runter, Junge Oh... Oh, das hört auf nichts Hm Hm Wo? Hier Ich hab dich Ich schaff das Auf geht's Alter, mit dir einen Namen Alter, mit dir einen Namen Meinst du Meinst du, Lef ändert seine Meinung nochmal? Nein Er ist zu still Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich glaube schon Er hat eine Schwäche für sie Er ist doch seine Mom, Alter Ja Sie ist deine Mutter Ja, klar Sie wird das anders sein Ja, klar Sie wird das anders sein Ja Wie kommen wir zum hier zum Dachthafen? Wie kommen wir zum hier zum Dachthafen? Sieht aus, als müssten wir außen rum Du kannst dich dazu Ich mache dich Du kannst ihre Bedeutung Du kannst du schießen? Duh Du kannst du von dir Das ist das Das ist das Ja, da war es Da war es Das ist das 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 Geh drüben Wenn Stopp Ich mach das Okay, los, los So Hier kommen wir durch Komm Alter Ich kann auch nicht schneller laufen Also ich muss in dieser Geschwindigkeit laufen Das ist ein bisschen blöd Die Böse sind auf der anderen Seite Wir müssen zur Straße hoch und raus Okay, klingt gut Yara Sei Ja Baby hat Der Bis dann die Die ja ja einfach auf Paul setter ja 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 Ah, Heimwanzer. Und, ich mach mal den Puls zu Längern. Mal. Messierlich. Ein Rolls. Was ist das? Bleib auf dem Dock. Ich versorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaffe das, okay? Okay. Okay. Was ist denn da? Was ist denn da? Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendero auf. Alter. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los. Ich wollte nur sicher gehen. Was für Eindringlinge. Wir sind aus dem Nichts aufgetraut. Wir sind aus dem nicht dritten. Ich muss aufhören. Ja, bitte. Ja, bitte. Wie ist es? Ich weiß nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Verdammt noch mal! Es war dämlich von dir. Oh fuck. Oh. Ich hab... Das ist nichts! Vergiss die Straße. Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Ich bin direkt hinter dir. Los! Die Garage wieder. Der Karren fällt auseinander! Wir müssen weg! Los! Los! Wow. Wir sollten die Einbringungen verfolgen, statt zur Insel zu gehen. timed. Wenn du sie zur Lege beklemmest! Wir müssen weg. Wir gehen nach dem. Wir gehen nach dem. Das sind unsere Abaster, oder? Gott? Nein, ich bin auf sicher. Wir gehen nach dem wir hier. Was dafür macht er? Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Los! Los! Hitsa dir! Los! 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 Das haben wir nicht richtig. Was ne Waffe, Alter. Los! 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 Was ist das? Der fickt mich lang was, bevor er abhaut. Der ist kaum abwart, nie zufrieden. Der ist kaum abwart, nie zufrieden. Der schießt jetzt einfach durch. Wo ist der hin? Er kann nicht weit sein. Ah, Tommy hat geschirpt an diesen, den da erledigt. Runter! Verdammt! Was ist das, Tommy? Das ist Tommy! Das ist Tommy! Ich brauche Leben, ich brauche Leben, der schießt mich einmal. Was ist das? Was ist das? Ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich wusste das. Ich wusste das nicht. das ist gut jasne wow wiesnig nicht mehr nicht mehr Bist du okay? Abby? Ja. Du? Ja. Wer war das? Ich... Ich spiel keine Rolle. Hol'n wir weg und dann gehen wir zurück. Komm. Wir nehmen das Boot. Tommy hat einfach mein Dach hochgekehrt. Yes, Alter! ... 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 Ja jetzt! Pendechen, du schlubb du bastad! Aber schade, dass ich Tommy nicht spielen darf. Ja, ja, das ist immer so. sicher dass wir heute nacht angreifen ja das hat mir mein freund gesagt sie nutzen den sturm als deckung für ihren angriff außer isaac ändert seine meinung die kämpfe enden aber zu welchem preis inzwischen zu jedem aber voll blöd alter so du kannst klettern es ist der kürzeste weg fertig mal lang der kürzeste weg Jetzt bin ich auch nicht mehr, glaube ich. Ich will kein Ding bauen, Alter. Alter. Tut mir leid, wegen deiner Freunde. Nicht zu Ende. Sonst, Gott, ich habe die ausgesucht. Ja, okay. Adi, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Ich musste einfach. Alter. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Hayden. Unseres liegt dahinter. Nicht Rödel. Sie könnten dich sehen. Was ist das? Das ist unser Wahnsinn. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Isaac. Wir kürzen durch das Holzlager ab. Plus, Nina. Wie viele Leute leben hier? Bei 1.000. Wie viele Leute? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Das macht die andere Nüsse, wenn manche Leute ankommen. Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Die meisten kämpfen. Ich discide, Dopierf. Wir sind noch WILLG, ich gehe auf der Leute浪ep. U engagements muss leben. Ich habe mich nicht mehr geholfen. Ich habe mich nicht mehr geholfen. Ich habe ihn nicht mehr geholfen. Ich bin sicher. Wir werden das Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Und was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Wir müssen da hochklicken. Ja. 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 Ja.